Hallo bei Nördvermedizin. Hallihallo. Wir sitzen diesmal ein bisschen weit auseinander. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum die Abstandsregeln und so weiter und so fort. Aber wir haben einen technischen Trick, wie wir das Ganze besiegen werden. Auf jeden Fall gibt es ein spannendes Thema. Martin, ich glaube, du willst ein bisschen was zu Bauchschmerz sagen. Ja, Bauchschmerz. Ja, das ist für mich jetzt nicht so der Bringer, wenn ich da als Notarzt hinfahre. Ich glaube, wir haben ja gesagt, wir machen einen Teil, wo es so ein bisschen um allgemeine Dinge, wie auch vor allen Dingen Versorgung der Präklinik geht und dann im zweiten Teil so ein bisschen die Specials, Bildgebung und solche Sachen. Aber jetzt würde mich allem voran mal interessieren, wenn du zu einem Notfall fährst und da steht Bauchschmerz. Was denkst du da? Ja, ich denke mir so ein bisschen das Gleiche wie du. Ich denke mir Bauchschmerz ja unspektakulär. Oder ehrlicherweise habe ich mir das gedacht. Denn je mehr man sich mit dem Thema Bauchschmerz beschäftigt, finde ich, desto komplexer wird das Ganze. Ich finde Bauchschmerz fast spannender oder zumindest gefährlicher in der Unterscheidung als Thoraxschmerz oder Luftnot oder so weiter. Denn es gibt eine Unzahl an Diagnosen, die von total ungefährlich bis zu ziemlich schnell tödlich sich prima mit Bauchschmerz äußern. Und das ist oft super schwer rauszufinden, was das ist. Wir sprechen ja, glaube ich, heute so ein bisschen um das akute Abdomen, also um den sehr, sehr gefährlichen Bauchschmerz. Was ist denn gefährlicher Bauchschmerz oder was kann gefährliches eigentlich so im Bauch passieren? Das ist auch ein guter Punkt. Denn die meisten Syndrome, die jemanden umbringen können, die sich auch mit Bauchschmerz äußern, haben gar nicht unbedingt so viel mit dem Bauch zu tun. Komisch. Und zwar sind das, klingt seltsam, aber lass mich dich überzeugen. Das eine sind quasi alles, was mit Gefäßen zu tun hat. Da gibt es so drei große Dinge, die man nicht vergessen darf. Das eine ist das akute Corona-Syndrom. Gerade bei Frauen, gerade bei älteren Frauen äußert sich das ACS häufig nur in so einem Oberbauchschmerz, diffusem Unwohlsein, manchmal auch nur in Übelkeit. Kommt jetzt noch dazu, dass die Diabetikerin ist, kann das auch nur so ein bisschen Magengrummeln sein. Das heißt, das akute Corona-Syndrom, jetzt unter Gefäßkrankheit verortet, muss man immer bei Bauchschmerz, gerade bei Frauen, mitdenken. Das zweite ist das Aortensyndrom. Okay, da haben wir alle Angst davor. Da gibt es auch ein Video, das wir wieder in irgendeiner Ecke verlinken, die ich mir nie merke. Und es gibt den sogenannten Mesenterialinfarkt. Das ist etwas, was man präklinisch relativ, also de facto nicht feststellen kann, aber das auch gerade bei älteren Gefäßpatienten ziemlich schnell tödlich enden kann und gefährlich ist. Also Punkt eins, Gefäßerkrankungen nenne ich das jetzt mal. Und das andere ist, es gibt natürlich tausend gefährliche Differenzialdiagnosen. Es kann jetzt eine Gallenblasenentzündung oder ein Appendix, ein Akuter, kann genauso gefährlich sein, wenn man da jetzt lang wartet. Aber die wirklich gefährlichen sind irgendwelche Organverletzungen im Bauch. Und da ist also zum Beispiel eine Perforation vom Darm oder irgendeine andere Darmentzündung, die perforiert und dann sogenannte freie Luft erzeugt. Das ist so das Klassische, woran man denkt beim akuten Abdomen, wo die Chirurgen sich irgendwie drauf stürzen. Der Bauch ist bretthart. Das könnte was sein. Und gerade bei den gebärfähigen Frauen muss man noch an Perforationen oder schweren Verletzungen im Genitalbereich dran denken oder im Urogenitalbereich. Das ist zum Beispiel ganz klassisch die Extrauterinkravidität. Also eine Schwangerschaft, die nicht dort sitzt, wo sie sitzen sollte und dann in die freie Bauchhülle rupturiert und dann ganz massiv bluten kann und akut lebensgefährlich ist. Ja, und da muss man ja noch bei den Männern dran denken, was da unter dem Bauch rumbaumelt. Die Hodentorsion, die einen zwar nicht umbringt, aber zumindest zeugungsunfähig machen kann, von daher auch unbedingt ja mit Bauchschmerz assoziiert werden muss. Und das ist das Spannende, finde ich. Früher habe ich immer daran gedacht, okay, ist jetzt ein Blinddarm oder ist es eine Gallenblase, ist es rechts unten oder rechts oben. Das kann man alles machen. Aber ich finde, bevor man sich an den eher ungefährlicheren Sachen widmet oder überlegt, ist es jetzt eine Verstopfung oder zu viel Luft im Bauch, daran denken, es können auch gefährliche Ursachen dahinter stecken. Und zwar auch hinter nicht ich sterbe sofort dramatischen Bauchschmerz. Okay, und wenn du jetzt bei so einem Patienten bist und du hast so deine Gedanken da innerlich durchgegangen, was sind denn so deine ersten Schritte als Notarzt jetzt in der Prä-Ecklinik? Du kommst da an. Also das Allererste ist natürlich wie üblich ABCDE. Ich schaue mir den Patienten an. Erster Blick, liegt der jetzt da kaltschweißig im Eck? Also ist er super kritisch? Ist der Atemblick frei? Ja, genau. Ist der Atemblick verlegt? Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also ein erster Blick schaut super schlimm aus, ja, kaltschweißig im Eck oder läuft er entspannt in der Gegend rum und sagt, hat die Tasche schon gepackt, ja, kennt sie alle. Aber abseits dessen gehört eine saubere körperliche Untersuchung dazu und damit meine ich jetzt nicht, dass man den ganzen Bauch da im Detail berkudieren muss, aber man muss den Bauch mal grob untersuchen. Das heißt, man drückt vorsichtig in den Bauch rein und da ist schon der erste Fallstrick, ja. Das heißt immer, akutes Abdomen ist der harte Bauch. Die Definition ist gar nicht so ganz klar, aber mein Bauch wird auch hart, ja, zumindest unter der Schutzschicht, wenn jemand so reindrückt, ja. Also, wenn er den Bauch untersucht, drückt es locker rein, ja. Locker und immer tiefer und immer tiefer. So sich reinfühlen, ja. Nicht reinprügeln, wenn das eh schon weh tut und dann kommt jemand in Rot oder in Gelb oder was auch immer und presst da den Finger rein, ist das immer unangenehm. Also den Bauch untersuchen. Tut es überall weh? Tut es in irgendeiner Region weh? Das ist dann fürs zweite Video wichtig, wo wir ein bisschen in die Differenzialdiagnosen reingehen. Und dann kommen noch ein paar Untersuchungen. Und da ist eine wichtig, die wir leider häufig vergessen, nämlich ein 12-Kanal-EKG, also abseits Vitalwerte und so weiter. Denn ACS ist einfach häufiger, als man glaubt, beim Bauchschmerz. Okay, Martin, wir wissen ja, keine Diagnose durch die Hose, aber keine Bolognese ohne Anamnese oder so, sagt der Arzt. Ja, stimmt. Was fragst du beim Bauchschmerz? Da kann man natürlich von A bis Z irgendwie alles durchfragen. Ich glaube, es gibt ein paar wichtige Fragen, die man nicht vergessen darf. Das eine ist, gibt es eine chirurgische, also war da schon mal ein Chirurg an dem Bauch dran? Also Gyn, Abdominalchirurgisch oder irgendwas, auch Sachen, die länger her sind, Verwachsungsbräuche und so weiter, da gibt es einfach viel. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das zweite ist, ist doch ein Trauma in der Hinterhand? Gibt es da irgendwas? Ja, wurde vor einer Stunde, ist er irgendwo gestürzt oder vor einem Tag oder irgend sowas? Bei Frauen natürlich immer Schwangerschaft möglich, ja, und dann auch noch mal ein bisschen nachhaken, nicht nur möglich, sondern eventuell denkbar. Antikorrelation, ja, wie bei jedem Patienten, der potenziell operiert werden muss und Vorerkrankungen, auch da eben die chirurgischen Vorgeschichten und was ist sonst, was könnte noch da in die Richtung gehen? Vor allem Gefäßerkrankungen, ja, und sonst auch alle anderen Sachen, die für jemanden relevant sind, der operiert wird potenziell. Wann war die letzte Mahlzeit? Gibt es die Allergien und so weiter? Das haben wir, glaube ich, eh klar. Wie ist es mit Stuhlgang? War erbrechen? Schmerzen beim Wasserlassen? Durchfall? So was, alles, was mit dem Bauch und Gastrointestinal zu tun hat. Und ich weiß noch was, bei der Frau an die Menstruation denken und da mal nachfragen, weil das ja auch manchmal beim Schmerz mit eine Rolle spielen kann in der Beurteilung. Das ist ein guter Punkt. Okay, und jetzt nach dem Wort Bauch kommt Schmerz, also muss man irgendwie an Analgesie denken und da ist ja immer schwierig, man darf ja beim Bauch auf gar keinen Fall Anergetika geben, damit der Chirurg, der da kurz vor der Rente noch ein paar Dienste in der Notaufnahme macht, auf jeden Fall den Bauch beurteilen kann, bevor der erste Tropf Novolgin den Bauch berührt hat. Das ist ein medizinischer Mythos. Danke, dass du ihn ansprichst, das hätten wir jetzt abgesprochen. Jemand, der Schmerzen hat, braucht Schmerzmittel. Es gibt auch ganz klare Evidenz, dass es keinen Vorteil gibt, den Menschen der Schmerz geplagt durch die Wallerei zu fahren, dann stundenlang zu warten, bis denn jemand untersucht, damit man den Bauch richtig beurteilen kann. Das heißt, jemand, der Schmerz hat, kriegt Schmerzmittel. Jemand, der viel Schmerz hat, kriegt viel Schmerzmittel. Ganz klar, Standardmedikamente, zumindest in unserem Bereich ist das Metamizol, weil es eine höhere Potenz hat als die NSARs. Und wenn jemand wirklich Schlimme Schmerzen hat, dann kriegt der auch ein Opiat. Ob das dann jetzt Fentanyl ist oder Pyrithramid oder was auch immer man sich dann ausdenkt, das sei euch und eurer Erfahrung überlassen. Auf keinen Fall Dramal, ja, völliger Quatsch, weil es zu wenig energetische Potenz hat und alle kotzen. Und bei Bauchschmerzen ist das jetzt nicht die tolle Variante. Aber wir haben ja zum Glück kein Dramal in der Präklinik mehr. Ja, aber manchmal liegt das noch so rum. Oder Leute nehmen es heimlich mit. Okay, jetzt haben wir schon mal darüber gesprochen und manchmal hat man ja auch schon so einen Verdacht. Manchmal ist es dann eben doch Verdacht auf Apendizides oder sowas. Aber generell, ein Patient mit Bauchschmerzen, in welcher Klinik würdest du den fahren? Was muss die für dich bereithalten, damit du die für sicher hältst? Bevor ich mir überlege, wo ich hinfahre, muss ich mir überlegen, ob ich den überhaupt fahre. Und das finde ich, ist oft gefährlich. Also es gibt ja wirklich Leute, die hat man, die sind richtig schmerzgeplagt. Dann gibt man denen was gegen die Schmerzen und bis der quasi verpackt ist für den Transport oder man sich Medikamentenpläne zusammensucht, sind die Schmerzen besser. Und man denkt sich, ach, soll ich den nicht nur zu Hause lassen? Die Frau sagt ja, er hat immer so Darmverstimmungen und alles gut. Also persönlich, ehrlicherweise finde ich einen Bauchschmerz mindestens so risikobehaftet als Symptom als Thoraxschmerz. Einen Thoraxschmerz würde ich eigentlich auch nicht gern zu Hause lassen. Außer in ultimativen Sondersituationen gibt es immer Szenarien, die man kreieren kann. Aber ich würde die eigentlich fast alle mitnehmen oder es ihnen zumindest sehr ans Herz legen. Ausnahmen gibt es. Der Hausarzt wohnt ein Haus weiter, der hat immer Zwicken und irgendjemand war überfordert, hat einen Rettungsdienst angerufen, der kann gleich zum Arzt. Alles okay. Aber eigentlich sollten die nochmal evaluiert werden. Und wenn, dann muss man halt sagen, naja, jemand, ein Mann, der Bauchschmerz hat, gehört in eine Klinik, die eine innere und eine Allgemeinkirurgie hat. Das sind die zwei zentralen Fächer, wo man da agieren muss, wenn das irgendwie technisch möglich ist. Und fast immer geht das eigentlich. Und bei Frauen würde ich, vor allem bei den gebärfähigen Frauen, also bei den jüngeren Frauen, würde ich auch in eine Klinik fahren, an denen eine Gynäkologie hat. Auch wenn das möglich ist. Aber wenn ich jetzt fünf Minuten weiterfahre in die eine Richtung, in die Gyn oder fünf Minuten kürzer, die ohne Gyn, dann würde ich in die Klinik mit Gyn fahren. Gerade wenn es Schmerzen im Unterbauch sind. Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu. Und ich sage den Leuten mal, wenn die zu Hause bleiben, jede Krankheit fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Und im Bauch und im Thorax, da hören halt viele Krankheiten mit dem Tod auf, wenn man nichts macht. Sagst du das wirklich? Ja, das sage ich wirklich. Und ich sage halt, man kann nie abschätzen, wo das hinführt. Und dass das die Leute wissen, das ist ja ein dynamischer Prozess. Und wenn die sich jetzt gut fühlend zu Hause bleiben wollen und das in einer Stunde schlimmer ist, dann hilft es nichts. Dann müssen sie wiederkommen. Ich finde, das ist auch schon eine gute Zusammenfassung von dem ganzen Thema. Ein Bauch ist selten einfach, ist meistens komplex und ist immer dynamisch. Und an das muss man denken. Wir sehen die an einem Punkt ihrer Krankheit und gerade bei Bauchschmerzen kann das in alle Richtungen gehen. Und da macht es Sinn, dass das nochmal jemand sieht und auch ein bisschen Zeit zwischen den verschiedenen medizinischen Kontakten quasi legt. Aber Zusammenfassung, das ist doch eigentlich ein gutes Wort. Also, der akute Bauch. Was darf man nicht übersehen? Gefäßerkrankungen, Haortensymptom, akutes Koronarsymptom, aber eben auch und den Misinterialverschluss. Deswegen unbedingt an ein 12-Kanal-EKG auch immer mitdenken. Und dann eben aber auch Perforationen von Organen, zum Beispiel eine Darmperforation, aber auch eben an die extrauterine Gravidität denken bei der jungen Dame im gebärfähigen Alter. Analgesie, ja, auf jeden Fall, wenn der Patient es braucht. Und Zielklinik, Allgemeinchirurgie und Gynäkologie mal überlegen, ob die vorhanden sind. Und weil du es das letzte Mal gut ergänzt hast, ergänze ich es jetzt noch, die Hodentorsion bei dem Mann auch immer dran denken. Vielleicht kommt der Schmerz, der da hochzieht, davon. Ausgezeichnet. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Bis bald. Teilen und liken. Ciao. Ciao. Ciao.